Hey lieben, willkommen zurück zu Fire Emblem Engage und ich bin immer noch not amused, dass ich hier bin. Weil ich das wirklich eigentlich gar nicht so gut finde. Wenn ich hier immer Angst haben muss, dass ich... ...dass gleich Dinge passieren. Weil Chris mich wahnsinnig macht mit seiner Teleportierung. Ach, scheiß doch auf die Diebe. Das interessiert mich grad gar nicht. Lieber Chris nervt mich einfach. Mich irritiert, dass hier gerade so wenig passiert. Das gefällt mir auch nicht wirklich, muss ich dazu sagen. So, das muss jetzt sein... Ja, dann haben wir genug. Aber er muss einfach voll sein. Weil das andere... ...ist so... ...schwierig und gefährlich. So. Ja, super. Hätte ich das vorher gewusst, ne? So. Normal steht man halt einfach vor so einem Dreh. Warum? Warum, Ivy? Warum? Was ist es denn? Das geht doch nicht. So. So. Es geht jetzt, wie hier. So. 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 Es ist tatsächlich so, diese Gegner sind jetzt nicht so schwammgegen, wie manche anderen sind. Aber die gehen mir halt da doch mal auf den Sack, ganz ehrlich. Ja, Claudi halt. Ich brauche ja auch noch eins auf die Frisse, ok? Tja. Kann Ivy nicht mehr kommen. Sie hat ja auch nichts mit, ne? Dann drüge auch. Kannst du mich mal ganz kurz auf den Weg zu ihm machen? Ok, wenigstens ist da keiner, der uns auf den Sack gehen kann, das ist schon mal... Hat der auch echt... ok, nicht fehlen Chancen? Ok, das sieht ja schon mal ein bisschen schlecht aus. Dieser Kampf ist tatsächlich herausfordernder als er war. Das macht mich ein bisschen nervös, ne? Das macht mich nicht nur ein bisschen nervös. Das nervt tatsächlich ein bisschen. Ich fühlte tatsächlich, dass ich kein Dreh aus. Erstmal auf meiner Seite. Brauch ich mir hinten. Mir hilft alles nichts. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Mir hilft alles nichts. Er muss mal rüberkommen hier. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist ja schön. Soll es sind dann auch. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich bin grad wieder- ich weiß, ich starre grad wieder mit mir Milchschimmern. Ich bin so informativ und so entertainend wie ein Waschlappen, dann ist das okay. Dieser Kunt ist auch echt für mich grad... ...schwieriger als erwartet heute. Warum weichst du denn nicht aus auf die Beide? Jetzt saug ich gerade dafür, dass mein Heiler auf die andere Seite verschwindet und wir in Angeln dürfen wie noch nicht so vor. Warum pass' ich das hier? So. 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 Okay, ich muss dich ein bisschen heiljaggen. Das ist ja sonst... ...wird echt anstrengend. Ja, gerade ist bei mir immer so scheiß aufgespürt. Wir müssen kurz dazusehen, dass wir das verleben müssen. Ja, natürlich. Interessiert mich diese Diefen wirklich, aber wir werden auch noch die Befussung machen. Ich hoffe einfach nur, dass Chris dann stehen bleibt. Ja, ansonsten habe ich echt... Also das haben wir hier echt langsam verfolgen. Habe ich denn noch was an Halloween? Ja, sehr schön. Gut, dann machen wir das erstmal auf die Art und Weise. Okay, da kam jetzt nur einer eingelaufen. Wenn da nur einer eingelaufen kommt, dann kann ich damit umgehen. Ich kann eigentlich nicht auch mal das... doch, aber... Mein... Mein Pad funktioniert manchmal nicht. Das macht mir Wahnsinn. So. 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 Wir sammeln uns hier erstmal alles ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir alles... nein, aber nicht. So. Achso, er wird automatisch fand ich das wirklich. Ich? Du. Ähm. So. 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 Ich muss ihn, glaube ich, öfter mit Corinne verschmelzen, damit das Ganze irgendwie funktionieren. So. Und dann lasse ich euch da auch erstmal stehen. Oh ja. Ihrgeg counterpart gerade dazu durchgeh listening. Wir haben einfach da stehen zu bleiben, wo er steht. Was ich jetzt nicht so schlecht finde. Ich will ihn da gleich heben müssen, nicht da. Och nö, na so, können wir dann uns mal... Ja, man glaubst, dann sagen, er sollte stehen, bitte. So, das lassen wir auch erstmal so stehen. Muss ich ja vielleicht auch fragen... Okay, du bräuchtest... Ich muss auf jeden Fall sich... Ich platzier die nur schon mal so ein bisschen mobil rum. Und ich schreib auf Hohen und bekommst da... Chris scheint es aber jetzt erstmal nicht mehr anzuwenden, was ansonsten diesen Kampf, glaube ich, also ziemlich unmöglich gemacht hätte. Okay, ähm... So, der Kopf ist ja dein, ne? Bediensteter wollte ich grad sagen, denn... Begleiter, also... Was mach ich denn jetzt mit ihm? Ich kann ihn ja, glaube ich, nicht noch weiter... Ähm... Noch weitere Levelen? Das kann ich, glaube ich, nicht, ne? Was mach ich denn jetzt mit allem, wenn er Levels ganz sicher hat... Kann ich ihn noch weiter Levelen? Ich weiß es nicht. Was steht mir bei Adi auch weit bevor... Aaaa... Chris, wo willst du hin? Ich mag es nicht, wenn du dich bewegst. Ah, ich fürchte, da werde ich wieder Leute verlieren. Das ist jetzt schon so offensichtlich. Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe? Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich dich darüber... So, wenn du jetzt angreifst... Nein, da oben bitte. Was wird ein Ende? Aber ich hätte den ersten... Das ist doch schon mal weg. Was mache ich denn jetzt? So oder so wäre es ein Ende. Ich bin schon da verliegen, weil tatsächlich nicht so viel... Sehr gut. Oh Gott, nenn sie nicht Sully. Das macht mich ja wütend. Oh, Sally, du kannst es kaum erwarten. Was? Lass alles raus. Nein, hör auf, Sally Kazoo zu machen. Das fühlt sich gut an. So gut, ich will euch töten, euch alle. Das glaube ich noch nicht. Nein, ich glaube, ich meine eine auch nicht mehr. Oh, der wird so überleben. Vielleicht kann der so eine Ausfall? Nein, ich mag nicht mehr. Möchtest du dich mal mit einem Trafen ansehen? Möchtest du dich? Das ist eine Wjibe. Das ist eine Wjibe. Übersehen, sich diese Wjibe zu machen. Das ist eine Wjibe. non, dass der Wjibe zu machen. curent, sonst ist das Wjibe. Der Wjibe da nie in einem Herzen. J Das läuft doch besser als ich erwartet hätte. Lass uns doch mal überraschen, was jetzt so passiert. Okay, das war mal ein Lappen. Ich denke, das geht ja. Danke. So, gefällt mir das. Danke, Akrus. Merrin tatsächlich? Ich will das nicht erwarten. Hm. Der Ring, wir haben ihn zurück. Was gibt's da zu lachen? Gar nichts. Beschwöre sie lieber. Du willst sie doch von Lord Sombrons Macht befreien. Ich weiß. Steh uns bei, Emblem von Echoes. Warum hab ich denn ein schlechtes Gefühl? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe dich wieder zurückgezogen. Das war's für heute. Das war's für mich. Wie kannst du es wagen, solche Verleumdungen von dir zu geben, solche Lügen? Wenn der Drache sich nicht erinnert, warum zur Hölle solltest du denn irgendwas wissen? Warst du vor tausend Jahren dabei, hm? Ich sage euch, wie ich es herausgefunden habe. Wirmgötter und Dämonendrachen können Emblem beschweren, richtig? Aber sie tun es nicht auf dieselbe Weise. Wirmgötter beten, Dämonendrachen hingegen... Sie verwenden Anruf von dir. Zudem? So... So hast du Selika beschworen, so hast du es die ganze Zeit getan, nicht wahr? Das bedeutet, du bist, sprich mir nach, das Kind des Dämonendrachen. Aber dann verstehe ich nicht, warum Mutter mich ihr Kind genannt hat. Woher soll ich das wissen? Das musste sie selbst fragen. Oh, das geht ja nicht mehr. Du niederträchtiger... Was auch immer. Jedenfalls habe ich jetzt, wofür ich gekommen bin. Schade, dass es mich meinen Ring gekostet hat, aber ich sollte Zeit gewinnen, und das habe ich. Lord Sombron und M'lady Vale sollten inzwischen längst verschwunden sein. Du meinst, sie waren also hier? Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht verraten. Aber was soll's? Eure Würmgöttin ist eine Schwendlerin. Weißt euch Zeit mit eurem Zufall. Zerstreut ihr euch in alle Himmelsrichtungen, schneidet ihr euch gegenseitig die Hälse durch. Die Qual der Wahl. Man sieht sich. Halt! Ich bin... Ich bin das Kind des... Er hat gelogen, Göttliche. Ich glaube, davon kein Wort. Wir dürfen den Feind keinen Keil zwischen uns treiben lassen, die müssen ruhig bleiben. Zu sagen, dass Sombron nicht hier ist, war vielleicht ein weiterer Versuch, uns in die Nähe zu führen. Sehen wir uns hier um und finden es heraus. Und? Hier ist tatsächlich niemand. Naja, Sombron ist nicht mehr am Schloss. Das sollen wir jetzt tun? Wenn Chris die Wahrheit gesagt hat, sollte ich gehen. N-Naniを言い出すんだ? Was meint ihr mit gehen? In der Nacht, in der Mutter starb, hatte ich einen Albtraum, in dem ich vom Flammen umgeben war. Mein Haar und meine Augen waren rot. Jetzt verstehe ich, es war kein Albtraum. Es war eine Erinnerung. Ein böser Traum beweist gar nichts. Vielleicht nicht, aber das hier. Emblem Siegurt. Ich bin hier. Ihr kenntet mich bereits vor tausend Jahren, nicht wahr? Antwortet mir. Er hat Chris die Wahrheit gesagt? Bin ich das Kind des Dämonendrachen? Das seid ihr. Wie kann das sein? Es stimmt. Es stimmt also. Es tut mir leid. Der ja eure Erinnerungen verloren hattet, dachten wir, ihr könntet auf diese Weise glücklich leben. Darauf habe ich mich am Tag eures Erwachens mit Lumira geeinigt. Warum hat Mutter mich ihr Kind genannt? Das finden wir beim nächsten Mal heraus. Ich mache nämlich jetzt kurz einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Bis dann.